ja manchmal den siebten zurück und den achten okay okay wieder zurück okay dann mach mach mal den zweiten zurück ja ja okay mach mal mal alle auf null alle auf null okay warte mal den vierten du musst den hier jetzt aktivieren den da ja ja das der funktioniert nicht der funktioniert nicht im ernst nicht doch der hat vorhin funktioniert den hast du vorhin ausgefahren ich gehe noch mal alle durch okay ich beginne mit 1 ist der nein okay zwei nein drei zurück ja gut jetzt mach mal fünf was glaubt fünf nenne sechs dann vielleicht sechs zurück machen sieben bis sieben nehmach macht 8 ok lol mach mal 2 2 alter funktioniert nix 1 naja 1 genau ok jetzt zurück zurück gut dann mach jetzt mal den sechsten der nämlich vorher nicht funktioniert gut perfekt dann mach jetzt mal 7 7 ok zurück 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 nach 4 4 4 ok warte soll ich kommen nein nein jetzt macht aber ich will gucken ich will gucken hallo wir haben es doch gleich so weit what the fuck ja es geht wieder hoch verpiss dich ja jetzt macht vier vier ist oben vier ist oben dann mach mal zwei zwei gedrückt ja immer wenn ich die zahl sagt dann ist sie gedrückt dann mach fünf zurück zwei ja ja fünf fünf okay pass auf noch mal zurück und jetzt mach mal den sechsten zurück ab ja ja okay gut warte jetzt fangen wir noch mal alle alle auf null alle null und jetzt fangen wir bei eins an 1 zurück zurück zwei passiert nix gut drei okay pass auf drei zurück drei zurück dann mach mach mal vier vier okay jetzt macht 33 aber mann amal zurück ja ich muss gerade überlegen alle zurück machen wir machen wir warte welches welchen hast du jetzt gerade als letztes zurück macht vier oder noch mal fünf fünf okay perfekt perfekt um jetzt mach mal drei Prozent hier gut gut und jetzt macht Prozent fünf fünf nein fünf zurück fünf fünf zurück er sei ich gerade mach mal sechs Prozent sechs nach sieben nach sieben acht acht und jetzt nochmal alle zurück 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 äh entweder haben wir gerade was kaputt gemacht oder bei mir lecks warum da durch alle zurück zurück gemacht ach so alle ja ach so ja jetzt halt warte okay jetzt mach mal den den du als letztes zurück gemacht hast mit hoch ja gut und jetzt Nummer vier vier okay okay ne warte drei war es vier zurück und drei drei okay warte jetzt probier mal acht immer doch schon probier acht zurück zurück 1 1 ja mach einfach 1 ne war es nicht zurück weil 2 gut perfekt zwei zurück 2 zurück wir haben den Sandblock gut dann Prozent vier zurück vier Stunden also okay dann mach mach und fünf in der Nähe fünf zurück gemacht 3 Prozent 3 gut und jetzt fünf zurück und jetzt fünf zurück Prozent Loll mach mal 3 3 okay gut um das muss ja so interessant sein okay mach mal 3 zurück 3 zurück ähm mach mal 4 4 okay 4 zurück 4 zurück okay perfekt jetzt nochmal 3 3 dann mach ich jetzt mal äh 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 mach mal 5 5 5 okay warte 5 zurück 5 zurück mach 6 ja ok 6 gut jetzt 5 und jetzt 5 und jetzt 5 zurück und jetzt 5 zurück jawohl äh echt jetzt äh der Sandblock ist da unten jetzt kaputt gegangen und liegt jetzt neben der Druckplatte dr Prozent 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 er warst die ganze die kritisiert neulich abkarte erst eine ich bin gar nicht kreativ Mord so dann komm raus das zählt als geschafft ja klar alter Mann hab ich da lang rum gemacht oh mein Gott also ich werde bestimmt ich werde ausgerastet es wird haben die Stichmann wieder geil dirigiert wusste ich wusstest du okay wir können ja meine Aufnahme Pause machen Bock hast nö 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 das ist immer lustig irgendwie ist lustig wir können immer nachts schlafen so Nummer 12 ah nao ist time to swing baby die Kost ist Test in Kluz Saar und Lali nun leute war ich nicht nur mein Soundtuch ob es das war falsch ich muss man können spitzieren was hier oben alles ist er macht es also hier oben an hier standen Raum okay muss ich hier muss ich hier okay warte ich muss geschehen meine Gerüche hoch machen warte was was ich das nochmal äh Plattenspieler g du bist hier bei mir okay gut okay wie ich der Ton ich höre nichts ich glaube du musst hier hoch kommen und die zwei Druckplatten aktivieren okay warte was für zwei Druckplatten warte ich kann ja mal kurz da ist nix da ist nix ne da hört man echt nix okay jetzt ist er glaube aktiv will ich mich verarschen up alles klar pass auf nice warte ich hab's gehört Okay.